Ich wusste damals noch nicht, was genau auf uns zukommt oder dass es ein Uns bald nicht mehr geben wird. Jede Sekunde, jeder Schritt, jedes Licht führt uns weiter in die Dunkelheit. Oh mein Gott, wir machen hundert und jetzt einen Unterschied über Fische. Fische? Dein Scheißernst, Fische. Fische sind hässliche kleine Fischer. Was ist denn so bläckig? Zebras sind schön. Wir lieben Zebras. Zebras? Wie wär's mit deiner Gruselgeschichte? Du weißt schon, im Kloster, der neben dem Hof wird. Dort ist es schon ziemlich gruselig, ne? Ich weiß nicht. Du hast recht, es ist schon ziemlich gruselig, aber... Wieso nicht? Hast du etwa Angst? Nein, nein, komm. Lass uns zum Packen und gehen. Fragen wir Toni über Augen, bitte? Ja, können wir machen. Ja, okay, dann los, zur Packen und bitte. Ich ruf ihn an. Wow. Wow. Das war eigentlich mal ne Gruselkammer. Ich weiß... Der fehlt für uns im Film. Ich weiß nicht genau. Der wird wahrscheinlich voll cool. Soll ich mir nicht lieber gehen oder so? Ich weiß nicht. Hast du nicht Schiss? Nein, geht weiter. Hallo Leute. Hey Toni, komm mit dem Ton. Hey. Hey. Hallo, wie geht ihr hier? Hey Leute, ich glaub da hinten war der Hausmeister. Sollten wir ihn nicht Bescheid sagen oder so? Ja, sag ich mal. Geht ihr schon vor, oder soll warten die hier? Ja, geht vor. Ist viel besser. Kommst du mit? Ja, wir müssen mitgehen. Komm, Bruder. Ich glaub's ja. Leute, es ist alles verstanden. Wo können wir die Leiden nehmen? Darum kümmere ich mich. Gut. Gut, gut. Leute, wo ist denn diese Stresskamera? Ich hab sie nicht. Hast du Usi? Hast du Usi? Nein, du für die. Ich hab sie nicht so. Okay. Boah. Ist voll heiß. Ja, irgendwie schon. Ja. Nehmen wir mal rüber, gehen die Jacken weg. Okay, Leute. Okay. Es wird alles gleich. Wir haben alles ausgemacht mit ihm. Okay. Okay, gut. Ich bin nicht angezeigt worden. Aber Leute, ich fühle mich gerade echt nicht gut. Gehen wir kurz raus? Kann ich vielleicht, ja. Ich setze mich einzusammeln. Die Unruhe ist ziemlich heiß. Tut uns leid, aber. Ich setze mich auf die Stiege. Okay, wir kriegen schon mal die Ankunftszene mit Matalin. Schafft ihr das ohne mich? Ja, wir schaffen das. Ich weiß nicht warum, aber ich bin heute schön. Und Schnitt. Gutes Sehen. Das war super. Hey, wo bleibt denn, ähm, Toni? Soll ich mal nachschlagen gehen? Ja, das wäre eine gute Idee. Toni? Hallo, wie bist denn du? Toni, gibst du dir wieder besser? Ich weiß, dass ich das kriege. Echt? Was machst du da? Das ist dein Job. Ich mach jetzt die Endszene, da wo du stirbst. Geht, Nathalie? Ja. Okay, gut. Drei, drei, zwei, eins, Action. Und Cut. Spitze. Nathalie? Das war echt gut. Nathalie? 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 Jay, nee. Jay? Jay, du? Jay? Korin. 堆. Gott, die Macht. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020